Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckete die Hand aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, strecke dein Schwirt an seinen Wort, denn wer das Schwirt nimmt, er soll durchs Schwirt umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschichte, denn zwölf Legion Engel die Würde aber die Schrift erfüllend, es muss also gehen. Zu der Stunde sprach Jesus zu den Scharen, ihr seid ausgegangen, als zu einem Mörder, mit Schwirten und mit Stangen mich zu fallen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehrt im Tempel und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, was erfüllend würden die Schriften der Propheten. ... Ach, er ließen ihn alle Jünger und Flohen. Amen.